So, und da sind wir wieder mit Call of Duty Modern Warfare 2. Teuer einstellen. Anscheinend war auf Makaros Daten verlassen. Ich würde 2 ausschalten. Kutsi teilt sich auf. Sollen Sie ruhig. Der Dekodierungscode war hoffentlich seinen Preis wert. Doppelsalver. Fluss wird gesichert. Over. Bravo. Sandsturm. Im Moment ist kaum was zu sehen. Over. Lulu. Ah, wir starten mit der Patrouille östlich entlang des Canyons. Nördliche Zufall. Over. Auf die Gruppe rechts, direkt unter uns konzentrieren. Die erledigen wir zuerst. Ich übernehme die beiden links. Auf mein Zeichen. 3, 2, 1. Los. Und neutralisieren. Zähle für unterledigte Ziele. Wir müssen die andere Gruppe ausschalten, bevor sie zurückkommen. Los. Wir haben nicht mehr viel Zeit, bis sie die Leichen finden. Beeilen wir uns. Na dann los. Hier festparken. Los. Hey, ich bekomme keine Meldung von Fika an der nördlichen Katzstraße. Könnte am Sender liegen. Ich habe zwei Ziele unterhalten. Los geht's. 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 Ziel voraus. Los geht's. Los geht's. Wir passieren lassen. Rutscher 7 Oxide. Wir haben den Kontakt zu R' insideye. Wir petals. Perloren. Vielleicht nur der näher kommende Sandsturm. Oder ein kaputter Sender. Mein Team Zug, überprüßen, senden. Over. Verstanden Oxide. Ich schicke Winsiel und Landerth. Rutscher 7 Hände. Erledigen sie die rauchende Wache, oder warten sie, bis er weiter geht. Gute nacht. Los jetzt. Zwei Ziele in diesem Korridor. Nicht schießen und links halten. Ja, ich mag diese Schleichabschnitte. Hätten Sie mehr von haben können. Wir sind auf dem Steg Richtung Dampfraum. Bereithalten. Na, auch egal. Disciple 6, Licht aus. Eindringen und sichern. Es geht los. Bereit machen. Türladung platziert. Bereit zum Eindringen. Eindringen oder nicht. Läufe rein! Läufe rein! Wadda! Foxtrot Elements! Links abdrucken! Da sind die Feuer frei! Haffin! Kontrastiert östen! Oh, ich bring dich zur Drecke! Ja, nachladen. Nachladen ist immer tödlich. Bereit zum Eindringen! Dann los! Läufe rein! Läufe rein! Läufe rein! Läufe rein! Läufe rein! Foxtrot Elements! Links abdrucken! Da sind sie! Feuer frei! Ziel auf 12 Uhr! Fähigkeiten! Brengt sich nur Strecke! ... ... ... Tja, dann gehe ich doch einfach mal weg von der Kranade. Oh, das geht auch ohne Nachtsicht hier. Ich wollte gerade überlegen, ob ich... Die Waffen wechseln soll. Aber mit Einsatzschild ist natürlich egal. Erledigt. Gute Nacht. Alles sicher, jetzt rein. Gute Nacht. Gute Nacht. Der Kranade muss scheppern sein. Uns geht die Zeit aus. Los! Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Sie brechen aus der Weckung! Ist okay. Einmal drauf drücken, drei Kugeln weg. Gute Nacht. 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 Auf dem Raum! Auf Flankenhosen achten! Hey, wo stehst du hin? Auf der Malsicht wechseln? Ähm, wie soll ich jetzt hier auf der Malsicht wechseln, du Scherzkegst? Meinst du Nachtsicht, oder? Nö. Ah, Skar mit Zimmer. Das erklärt die. Das Problem. Das Problem. Diese Waffenkraft sind nie zu unglaublich im Weg. Ich habe gerade etwas Unerwartetes gesehen. Ah, sie ist geschild. Null Siegel mit dieser Ladung in dem weniger als drei Minuten Schacht ab. Erledigen Sie das. Ende. Vorstoßen. Ich habe ein ungeschätztes Ziel. Eine Sprengladung an die Tür. Aber in der HERE. Dann holen Sie sich an die Tür. Eine Sprengladung an die Tür. Ich bedanke mich für meinen Tag, für den Tag der Wärme. Und gehen Sie die Türsteuer hoch, los! Ja, auf vier Schauschen im Magazin, danke. Und gehen Sie die Türsteuer hoch, mit der Tastatur! Ah, wir haben die ARC. Die Tastatur. Tür aufwachen! Und zählen die Zeit weg! 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 Wir gehen die Türsteuer hoch, los! Weg! 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 Das ist keine 100 Meter von Ihrer Position, Sir. Das ist kein Vorschlag. Stand. Roger, Feuermission. Einschlag in der Nähe. Roger! Boom. Los jetzt! Dich dranbleib und wir folgen! Nach der Esten, so, bloß! Verstanden. In Richtung Trommel. Wir nehmen die Rute. Ja, Herr. Spielgespeichertod. Verstanden. In Richtung Trommel. Wir nehmen die Rute. Ja, Herr. Was genau hat mich da von vorne getroffen? Du? 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 Stern. Heiz. Trepper. Heiz. Trepper. Auf einmal ist ein Gegner hinter mir. Naja. Dagegen hilft suchen. Aber ich schon sagen muss, dass ich eigentlich die, das andere Visier besser finde. Wo warst du? Ich war zwar mit der Waffe gerade zufrieden, aber ich hab sie auch schon so oft nachgeladen. Ich hab einfach mal das Explosivlager gefunden. Ich hab immer zu empfehlen, sowas offen oben liegen zu lassen. Okay. Wenn er entkommt, dann sollten wir uns beeilen, oder? So, hier nach. Los jetzt! Ich hätte man das Boot erwähnt. Es muss einen Fluss in der Nähe geben. Los! Na, ich sitz' gerade. Ähm. Ich setz' gerade Nacht, sehe ich auf und er immer... Das ist fürs Protokoll. Die Sieger schreiben die Geschichte. Die Geschichte ist voll von Lügen. Wenn er überlebt und wir sterben, wird seine Wahrheit Geschichte und unsere geht verloren. Shepard wird ein Held sein, denn um die Welt zu ändern, braucht es nur eine gute Lüge und einen Fluss voll Blut. Er steht kurz davor, die größte Lüge der Geschichte zu vollenden. Seine Wahrheit wird die Wahrheit, falls er überlebt und wir sterben. Na, dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich würde vor soweit sagen, danke fürs Durchschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!